Heute dürfen wir 120 Architekten und Planer zu unserem BMI Akademiesymposium in der Elbphilharmonie begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass wir in dieses atemhaubende Wahrzeichen in Hamburg einladen konnten. Insbesondere, dass wir mit der Abdichtung der Schwungwollenbalkone mit Produkten unserer Marke Wolfin auch einen konkreten Beitrag zur Langebigkeit dieses ikonischen Gebäudes geleistet haben. Wir haben Sie heute eingeladen, um Sie im Kontext einer anerkannten Fortbildung in die BMI-Lösung für die Architekturwelt zur Nachhaltigkeit, Gründächern und PV-Systemen zu informieren und zu schulen. Mit unseren fünf starken Marken Brass, Ecopal, Wolfin, Wedag und Klöber helfen wir Architekten und Planern Dächer als Sprungbrett für neue Ideen zu sehen und den Blick auf das ungenutzte Potenzial von Dächern zu richten. Mit der Expertise unserer Kehrkauf-Manager und Architektenberater bieten wir im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen, wie z.B. Symposien oder Schulungen oder Betreuung vor Ort, höchstes technisches Know-how. Das Ziel, umsetzbare und zukunftssichere Lösungen für jede Projektanforderung im Hinblick auf Dächer zu finden. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, neben dem Produkt-Know-how auch als Hilfesteller für alle planenden und ausschreibenden Stellen unseren Beitrag zu leisten. Neben den BMI-Services, wie z.B. dem Flachdach-Check, BMI-Systemfinder und Berechnungs- und Planungshilfen, der Gründach- und PV-Anlagenberechnung, bieten wir in Zusammenarbeit mit der BMI-Akademie anerkannte Fortbildungen zu aktuellen Themen mit hochwertigen, neutralen Informationen. Also für mich ist auf jeden Fall richtungsweisend das Konzept des gegrünten Flachdaches mit Photovoltaikanlagen und aber auch die Praxisbeispiele hier sind durchaus sehr spannend und interessant. Da sehe ich BMI ist da sehr weit voran. Vor allen Dingen diese Lösung mit Austrocknung von durchfeuchtenden Dämmungen, das ist eine Lösung, die ist top. Für mich sind aktuell Fachthemen wichtig, wie z.B. wie eben angesprochen, die Kombination aus Solardächern mit Gründächern, weil das für mich auch einfach in der täglichen Planung Fragen aufwirft. Da gibt es etliche Vorschriften, die sich teilweise auch widersprechen und da hat er hier schon ganz gute Aufklärung geleistet. Grundsätzlich habe ich mir erhofft, hier auch inhaltlich und fachlich einiges mitnehmen zu können, gerade weil das Thema Dächer auch bei uns im Bestand immer wieder vorkommt und auch ein großes Thema ist und das würde bis jetzt auf jeden Fall erfüllen. Ja, besser geht es nicht. Das Architekten-Symposium ist der Treffpunkt, wo Architekten und Planer Antworten auf die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft erhalten und wir gemeinsam neue Horizonte schaffen. Das Architekten-Symposium ist der Treffpunkt, wo Architekten und Planer